Es wird doch mal ne schöne Sache So Und diesmal nehmen wir die Stoffenlinde Aaaaah es sind so viele Es sind Ich fühle mich hier fast schon wie auf Nightmare oder so Und Bonitio Die waren alle zu So also Die... nein die ging auf Bööö hä? Wie? Wieso geht die jetzt nicht auf? Ah die ging auf Ok Ok Raketen Wie... Ich hab keine Raketen mehr? Och komm Ich brauch Raketen Ich brauche ganz viele Raketen! Ach, da oben war der Mistkerl gesessen! Und, hey, du schlägst mich? Was soll denn der Scheuss? Schlag jemand anders! Oh, es sind so viele, es sind... Es sind die totale Munitionserschwendung. Oh, sie sind tot. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben noch ganz viel Energie und besserer Modus, der total nutzlos ist. Schwung! Komm her! Ich verschieße mal gute Munition, verdammt, komm her! Sollst du mir der Tod schießen und sollst da stehen bleiben, verdammt! Okay... Oh, nur Zweifel, denn er... und... So, eine, da ist noch so ein Skelett... nein, nur so ein normaler... was auch immer er ist. Was bringt uns das jetzt? Ach nein, ich will doch keinen Berserker-Modus. Geht die Tür auf? Nein! Oder ein Tor! Ist mehr ein Tor! Großes Tor! Aber wir kommen darauf und... Können den Schalter umlegen, ihr und... Ja, toll! Ihr mich auch! Oh... Oh... Oh! 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 Ich hasse solche Sachen! Oh, 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 oh! Ich hätte so wenig Knabber berechnet die Zeit! Oh! 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 ich komme durch ich komme durch so eine schale drücken bevor ich loslauf ich konnte man das gibt's doch gar okay 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 ich schaff das ich schaff das ich komme dort nein ich komme nicht durch ich will da rein du kommst hier nicht rein und ach sag mal wollt ihr mich verarschen oder was ihr wollt mich verarschen das geht doch gar nicht und alles gibt's doch net ja doch wenig langsamer machen rentnergang einlegen und ach komm erst schalter umlegen dann runterspringen ganz ruhig ganz ruhig ach komm mir denkt sich so ein scheiß aus okay ich mache das offscreen bis ich schaffe kann sich nur um stunden handeln stunden so nach einigen minuten des pierens bin ich endlich hier drin hier und tiefe löcher keine ahnung was diese funktion sein sollen und raketen und ach du handel ganz viele gegner vielleicht soll ich doch lieber einen raketenwerfer nehmen wenn ich schon zu viele raketen kriege das sind ja noch welche na gut ich nehme raketenwerfer wenn wir das schon kriegen oder zu viele raketen kriegen und ach komm komm es sind so viele so viele sind es eigentlich gar nicht ich bin sicher auf höheren schwierigkeitsstufen sind es 20 mal so viele oder so ich hätte vielleicht doch einen höheren wählen sollen vielleicht wenn das spiel fertig ist noch mal auf höheren schwierigkeitsgrad let's playen nehme ich mit okay jetzt weiß ich wofür die löcher lassen nur wie komme ich jetzt weiter ach so okay ich habe es kapiert ich soll wohl darüber laufen selbst dafür bin ich noch zu blöd okay schnell 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 also wir wollen wir wollen nicht wieder runterfallen und ach du ganz gar nicht oft genug das war nett nett was ihr da macht nein die die nein die ja die ich muss ja endlich mal die tasten merken oder vielleicht mal auf die tasten schauen wo die waffen liegen bevor ich sie drücke könnt ihr euch jetzt einfach gegenseitig töten oder wenigstens nicht gar so weit auseinander laufen ok raketenmg naja sag mal hallo, sag mal lieber halbautomatischen Raketenwerfer für MG wäre es allerdings zu langsam oh komm, na also geht doch warum denn nicht gleich warum muss man immer erst zu aggressiv werden und Unverwundbarkeit ich sag dazu jetzt mal gar nichts aber wirklich ja nix ok, wo müssen oh, noch mehr Gegner ja, genau, was ich mir gewünscht hab oh, das sind auch die roten na, klasse ok, darf man, komm verkitteln na, komm ich bin ja unmöglich was ist das, Automap ok ok, ich glaub, ich weiß, was ich machen muss was, den umlegen wie, die gehen auch wieder aus oh, ihr habt sie doch nicht mehr alle nein, Moment die Tür bleibt offen ok, ausgezeichnet dann nix wieder raus und ah, jetzt kommen wir hier wieder drauf ok wie komm ich mir schon wieder so verarscht vor als hätte ich völlig sinnlos irgendwas gemacht, was ich gar nicht hätte machen brauchen so, wie in ja, wie es halt in Doom immer ist äh, nein, Moment das kann jetzt nicht stimmen ok, da rein hä ok ah, ok einen Moment den hatten wir schon hä äh Vielen Dank.